Ja. Wie alt sind sie denn? Okay, machen wir weiter. Ich bin 18. Wie? Hast du gehört? Ja, nein, aber ich will es nicht wahrhaben. Wie hattest du? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Bitte sag dich, dass es so schlimm ist. Es ist wie ein Haufen Ameisenscheiße. Was ist denn hier los? Hallo, willkommen in der Anwanderungsbehörde. Ihr müsst hier drüben hin. Hallo. Hallo. What the fuck? Ähm. Äh. Das ist jetzt aber gar nicht so gut. Nein. Scheiße. Ja. Das war nicht, also diese Mauern, die sollten ja eigentlich weg sein. Ne? Also, Moment mal. Äh, ja. Oh ja, hä? Da ist irgendwas schief gelaufen. Aber dann auch dann auch mal. Was ist meine? Äh, 61. What the fuck? Der ist, das hast du doch gehört, ne? Was denn? Allkopfster Bastards. Miller, fahrne mal. Äh, hab ich halt nicht gehört. Da ist meine Autofahrung. Werden das gedacht? Der im Geländewagen, der es gerade gerabbt hat. Okay, was denn bei den halten wir an? Ich hab so'n Gefühl, da werden Leute am Kupfer, am Händler überfahren, ne? Ja, überhaupt. Fahren Sie rechts rein. Sofort. Fahren Sie rechts rein. Aber noch flüchtig. Nee. Unterstützung? Ja. Wo ist es hier? Wir brauchen Unterstützung. Dann komm, go, go, steig ein. Flüchtigen Geländewagen auf der Hauptstraße Höhe Drogendealer Kabbalah. Oh mein Gott. Richtig. Oh Gott, ey. Ey, was ist das für eine Scheiße? Geht doch. Fahren Sie rechts rein. Sofort. Kehrt um Richtung... Fährt ohne Licht. Äh, aggressive Fahrweise. Kehrt wieder um in die andere Richtung. Eingang Kavala rein. Passt auf, der kommt euch entgegen. Ach schade. Ne, ne, ist doch wahr, richtig, richtig, ist doch wahr, richtig. Ja, du bist doch... Was? Das ist ne, ähm, Freiheitsvorraube, was der macht. Du kriegst gar nicht, der hat ein besserlicher Menschenraub, Alter. Nächst mal auch nicht. Na, na, na. Ja, na. Ich hab warte, bevor ich sie hat, ne? Ja, na. Alles in der Kontrolle, keine Barge. Achtung, da kommt ja wieder. ARD Text im Auftrag von Funk 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 Okay, okay. Okay.